Also, wir müssen hier... Ja, die Grislibeeren, gehen wir die Grislibeeren töten. Also, wenn ich das wieder einmal machen soll, dann dürft ihr es gerne schreiben. Und ja, vielleicht könnten wir das mal zu 10 oder zu 20 hoch machen. Das wäre mal geil, so richtig trollen. Wir ziehen uns rosa-rote Kleidchen an und gehen dann irgendwo wieder zum Bind oder so. Und tanzen ein bisschen. Schon wieder müde. Geht's noch? Dieses Spiel macht mich irgendwie müde. Ich brauche Begleitschaft und Leute, die mich ein bisschen unterstützen. Ich brauche schon. Und Weihnachtsbaum bist du da, endlich. Komm zu mir. Ach, das macht doch keinen Spaß mehr. Ich will die suchen und finden. Nicht suchen und nicht finden. Ach komm, du Gestein. Dann nehmen sie schon wieder Magnanit. Eie. Heute ist nur ein Magnanit. Die sind nur ausgewachsene Bären. Noch ein Gestein. Noch ein Gestein. Komm jetzt mal etwas anderes. Ja. Hahaha. Okay, ich sage jetzt aber jetzt nur noch Magnanit Stück. Wie kommen wir schon wieder? Oh, da? Ja. Neue Erhund. Schade. So, hier irgendwo sind die Gritzlis gewesen. Mal schauen, ob sie eben noch da sind. Ja. Einen von 18. Wegreisen dauert zu lange. Das bringt sie irgendwie nicht. Da ist noch einer. Noch zwei. Die macht viel Damage. Das kommt nicht mehr. Also sechs haben wir schon mal geschafft. Kurze Pause. Hm, das dauert noch 120 Sekunden. Okay. Ähm. 22 Prozent. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 60 Sekunden. Erholung. 40 Sekunden. Erholung. 21 Sekunden. 20 Sekunden. 14 Sekunden. 12 Sekunden. Die Pfeile haben gar keine Spitze vorne. Also bitte, nicht mal eine Spitze rein tun. Geht's nur. So. So, ich gehe in die Tränen. Bitte verbrenn. Verbrenn sie. Calm. Calm the cooldown. Woom! So, noch einen, cool. Noch ein bisschen wegreissen, so. Dann sind es nur noch 6, sehr schön. Hoffen gibt die Quest mal viel Erfahrung. Schon eine längere Quest. Vielleicht können wir dann nachher noch die Goblin Quest machen, ich weiß es nicht wie die jetzt sind, ob die blau wurden. Was zu haben? Da. Haha, die sind am verlieren. Okay, wir haben nachher nicht verloren, aber trotzdem. Momentan ist Eignis besser. Hm. Schon wieder amt. Okay, das schnell hinweg. Okay. 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 Ah! Noch 2 schaffen wir das mit diesem Leben? Hoffentlich, aber zuerst müssen wir mal Bären finden wieder. Komm schon, komm schon. Ja, super. Ich will nicht zu viel Leben verlieren. So, das könnten wir schaffen. Hier ist sicher auch noch irgendwo ein Bär, bevor es jetzt stark geht, ja.